Meine Damen und Herren, eine Ansage von Ihrem Kreuzfahrt-Direktor. Wie Sie sehen, nähern wir uns Dubai in großen Schritten. Ich möchte Sie bitten, genießen Sie die Einfahrt, genießen Sie das Einlaufen, die Aussicht. Ich sage Ihnen Bescheid, wenn das Schiff reingelegt ist. Wir brauchen dafür etwas Zeit, wir müssen die Gangway aufbauen, wir brauchen die Glimmigung und die Freigabe der Behörden. Sie brauchen sich nicht zu hästen, ich sage Ihnen Bescheid, genießen Sie die Aussichten, genießen Sie die Einfahrt.